Hallo, Eckhard Breitschuh hier. Willkommen zum zweiten Sonntag im Crowdfunding-Marathon für unsere CD Breitschuh sinkt brell bei den Leuten da. Unsere Kampagne ist seit gut einer Woche online auf www.startnext.com slash Breitschuh sinkt brell. Ja, und ich hatte euch ja ein kleines Motivationsvideo versprochen und dieses Versprechen will ich euch auch nicht verwehren. Ich habe ein kleines Lied mitgebracht, ein Lied, das euch und auch uns helfen soll, die bangen Stunden des Crowdfundings vor dem Computer besser zu meistern, denn wir wissen, wir sind zusammen, wir stehen zueinander. Das Lied heißt Crowdfunding Matador und geht so. Ich drück auf den Knopf, beginnt die Kampagne, der Newsletter schwirrt in die Welt. Ich bitt dich darin um all deine Liebe, doch hauptsächlich um dein Geld. Und Facebook erwacht und Twitter erzittert und Pinterest singt im Chor. Und ich weiß, jetzt bin ich zum ersten Mal ein Crowdfunding Matador. Und du sitzt zu Haus vor deinem Computer und siehst meinen Spenden vor Schlaf. Und bist dir nicht sicher, ob das nun Kultur ist oder doch, vielleicht einfach nur Quark? Braucht unsere Welt wirklich diese CD? Hast du nicht was Besseres vor? Schwere Entscheidungen pflastern den Weg eines Crowdfunding Matador. Komm, komm, lass es uns wagen, denn eins kann ich dir ganz sicher sagen. Als Crowdfunding Matador bist du niemals alleine. Als Crowdfunding Matador bin ich immer bei dir. Komm mit auf Kampagne, das Ziel vor den Augen, ein munteres Liedchen im Ohr. Du und ich sind jetzt Crowdfunding Matador. Du und ich sind jetzt Crowdfunding Matador. Du und ich sind jetzt Crowdfunding Matador. Dankeschön, wir sehen uns bald wieder, weitermachen, teilen, 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 ihr wisst, wer teilt, der verweilt, bis bald, alles Gute, vielen Dank.